Frohe Weihnachten! Ich melde mich nur ganz kurz mit einem kleinen Gruß. Und da ich ja hier nix machen kann, wenn... Ja, ich kann ja hier nix erzählen oder so, wenn ich dabei nix spiele. Sprich, ich spiele hier einfach, sag aber nix zum Spiel und sag einfach mal, soweit ich das hinbekomme, ohne die ganze Zeit was zu schottern, weil ich nehme hier tatsächlich parallel auf. Wobei mir auch gerade auffällt, ich hätte es auch einfach nachvertonen können. Ähm, ich wollte sagen, danke an alle, die geschaut haben. Und danke an... Ja, Ruhe hier, Santa. Ja, ja. Ja, ich walk around. Ja, ja. Genau. Äh, soviel zum Thema, ich sag nix zum Spiel. Okay, danke an alle, danke an alle, die mich abonniert haben dieses Jahr. Ich... Ja, es ist jetzt nicht der Mega-Folk hier sowas wie gleich 100.000 Abonnenten, aber es ist mehr als manche anderen haben. Und dieses Spiel... Ich hab das Spiel grad nur mal kurz angespielt und da ohne Sound und ich glaube, ich muss den Spielsand deutlich runterstellen in der endgültigen Fassung. Ich will auch gar nicht lange reden, weil ich lade gerade aktuell noch ein THW-Simulator... Oh, jetzt hab ich's verraten. Egal. THW-Simulator bzw. WHW, wobei WHW für Weihnachtshilfswerk oder für Weltuntergangshilfswerk war. Dieses Video war eigentlich gedacht als Weltuntergangs... Ich müsste mal weiterspielen. Dieses Video war eigentlich gedacht als Weltuntergangsvideo, allerdings... Ähm, hab ich's gerendert, hab gesehen, oh, 4 GB groß, ist nicht so toll. Ähm, hab's nochmal gerendert auf 1,5 GB und ratet mal, welche Version ich versuche seit 2 Tagen hochzuladen. Genau, die 4,5 GB Version. Ich bin jetzt gerade dabei, die 1,5 GB Version hochzuladen, was übrigens bald fertig ist. Und dementsprechend... Lups. Dementsprechend, äh, werdet ihr bald ein Video bekommen. Heute gibt's übrigens keine Stranded-Folge, weil... Mehr kann ich auch nicht hochladen, als so viel, wie ich hier gerade unterwegs bin. Das ist schon am Limit, da ich dieses Video auch noch hochladen muss und wir schon, huch, 2 Minuten haben. Allgemein, das Spiel ist, äh, recht lustig, ist ein ganz normales Jump'n'Run-Spiel, aber man findet einfach keine Weihnachtsspiele. Das mögen noch so viele vor mir gesagt haben, aber ich hab selber was gesucht und nein, ich hab kein Gescheites gefunden. Gut, ich hätte natürlich auch sowas wie Subway Surfers oder was spielen können, aber das wäre ja langweilig. Nur weil da jetzt ein Weihnachtsmann und kein Polizist aktuell rumrennt. Gut. Viel gesagt, nochmal an alle frohe Weihnachten. Frohes neues Jahr, weiß ich nicht, ob ich dann noch was zum Silvester machen muss. Mal schauen, ich bin Silvester, nämlich nicht zu Hause. Und ich spiel hier jetzt gar noch weiter und das nächste Level gefällt mir, getting wet. Also, danke an alle, die zugeschaut haben, danke an alle Let's Play. Heute kommt kein Stranded, das liegt einer Mal, äh, zum... Hallo, hier Falltassen. Das liegt zum ersten Mal daran, dass... Das sieht schon komisch aus. Das liegt zum ersten Mal daran, dass ich einfach nicht so viel uploaden... Ach so, äh... Dass ich nicht so viel uploaden kann. Und zweitens, dass... Ich sag, wo wir gerade sind, die Stelle ist auch einfach nur dämlich. Also, dass man da nicht ordentlich weiterkommt, weiß ich noch nicht, was ich da mach. Ich glaub, aufhören tue ich nur deshalb nicht. Also, ich spiel hier schon wieder und hab eigentlich gesagt, ich mach hier nur kurzen Gruß. Naja, egal. Danke an alle, die zugeschaut haben. Frohe Weihnachten, frohes neues Jahr. Und denk doch mal, was Weihnachten wirklich ist. Bis denn.